Was für einen Bereich in deinem Leben willst du wirklich unter Kontrolle haben? Gibt es das in deinem Leben? Bist du so jemand, du sagst, ein paar Sachen, das ist jetzt okay, aber ich habe einen Bereich, gibt es jemanden, du sagst, das will ich unter Kontrolle haben, wirklich, das möchte ich gerne, das möchte ich komplett unter Kontrolle haben. Okay, zwei, drei sind ehrlich, okay, ein Drittel. Es ist Ostersonntag, da muss man richtig ehrlich sein. Und vielleicht hattest du auch gerade das Gefühl, du möchtest die Hand von deinem Nebenmann nach oben heben. Könnte es sein, dass du dann vielleicht jemand bist, der sehr gerne alles unter Kontrolle hat und vielleicht sagst du, naja, ich bin nicht kontrollierend, ich bin nur hilfsbereit auf eine sehr aggressive Art und Weise. Oder du sagst, naja, ich bin halt einfach nur komplett durchorganisiert. Aber die Sache ist, du bist so durchorganisiert, dass sogar der Kaffee nervös wird. Und dieses Osterwochenende, das hast du dir alles perfekt, das hast du dir perfekt ausgemalt. Man steht so auf und dann vielleicht dann richtig schön angerichtetes Osterfrühstück. Die Eier sind schon im Garten versteckt und die Kinder haben perfekt ein Outfit an, das super zueinander passt. Vielleicht sogar noch zu deinem Outfit. Und dann geht man erst Eier suchen und du schaust natürlich, dass du die perfekten Aufnahmen kriegst für deine ganzen Follower auf Instagram oder in deiner WhatsApp-Familiengruppe. Die wurden heute zugeballert mit ganz vielen Bildern von Osternestern und Osterhasen und weiß der Geier. Und du denkst so, und dann geht es in Gottesdienst und dann rauchen die Kinder ein bisschen länger und dann sagt man, macht mal weiter und wir wollen heute Gott anbeten. Kommt, auf geht's los, jetzt in Gottesdienst. Weil du hast dir alles genau so vorgestellt, alles perfekt durchgeplant und du möchtest alles unter Kontrolle haben und ich möchte dich bitten, denk mal an das, an genau das, was du am meisten in deinem Leben unter Kontrolle haben möchtest. Was ist die eine Sache, wo du sagst, das möchte ich unter Kontrolle haben. Ist es vielleicht dein Tagesablauf, vielleicht deine Finanzen, ist es die Meinung von anderen Menschen, vielleicht geht es dir so wie mir, ich hasse es, wenn ich irgendwo hin zu spät komme, weil ich hasse es, wenn Leute von mir denken, dass ich zu spät komme. Kennt das irgendjemand? Ich will das kontrollieren, was andere über mich denken. Geht es dir vielleicht auch so manchmal? Vielleicht willst du sogar Menschen kontrollieren, deinen Ehepartner, deine Kinder oder keine Ahnung, vielleicht deine Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne, ich weiß nicht. Es gibt alles Mögliche, was man kontrollieren kann. Deine Kollegen in der Arbeit, dein Chef. Was möchtest du immer unter Kontrolle haben? Und ich möchte jetzt was sagen, das ist unter Umständen ein bisschen schwer zu verdauen, aber dein Bedürfnis nach Kontrolle könnte auf den größten Bereich deiner geistlichen Verwundbarkeit hindeuten. Das, was du am meisten zu kontrollieren versuchst, verrät oft, wo du Gott am wenigsten vertraust. Und es funktioniert so. Es gibt eine Sache und da vertraue ich Gott ein bisschen weniger, nicht so sehr. Und dann muss ich das mehr kontrollieren. Ich muss das unter Kontrolle haben. Und wenn ich das unter Kontrolle habe, dann habe ich Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Ist schon mit jemandem passiert? Du hast Angst davor, genau darüber die Kontrolle zu verlieren. Und je mehr Angst wir haben, umso mehr versuchen wir zu kontrollieren. Und umso mehr wir versuchen zu kontrollieren, umso weniger vertrauen wir Gott. Und letztendlich vertrauen wir Gott immer weniger und weniger und weniger. Und wir halten uns heute, fangen an mit Matthäus 26, das ist, steigen in die Geschichte ein, gleich nach dem letzten Abendmahl. Und Jesus ist da im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Und wir lesen in Matthäus 26, Vers 36. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagt er zu ihnen, setzt euch hier hin und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Jesus wusste, dass er am nächsten Tag am Kreuz hängen würde. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und das, was er gesagt hat, ich weiß, was ich brauche. Ich brauche Zeit mit meinem himmlischen Vater. Und was hat er gemacht? Er hat gebetet. Und sein Plan war es, die ganze Nacht zu beten. Die ganze Nacht Zeit mit seinem himmlischen Vater zu verbringen. Und wir lesen weiter in Vers 37. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahmen mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Mir geht es überhaupt nicht gut. Ich bin innerlich am Zerbrechen. Ich bin verzweifelt. Ich kann nicht mehr. Und bitte bleibt mit mir wach. Bitte unterstützt mich. Und er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorüber gehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wie du das möchtest. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Die hatten einen Job. Einen Job hatten sie. Wach bleiben. Einen Job. Und ich muss ganz ehrlich sein, mir geht es so, dass mein Problem ist, wenn ich beim Beten sitze, dann schlafe ich ein. Wir haben jede Woche Pray First. Wir beten jeden Freitagmorgen von sechs bis sieben, treffen uns zum gemeinsamen Gebet. Du bist da sehr herzlich eingeladen in unserem Churchgebäude. Und wir haben auch zweimal im Jahr 21 Tage Gebet und Fasten, in denen wir uns unter der Woche jeden Tag von sechs bis sieben zum Beten treffen. Und ich muss dir sagen, wenn ich mich da hinsetze, und ich habe das schon ausprobiert, wenn ich mich da hinsetze, schlafe ich ein. Und ich bewundere alle die, die dann sitzen können, weil ich würde einschlafen. Ich komme damit nicht so richtig. Ich muss dann laufen. Ich muss dann rumlaufen. Ich muss stehen. Und so kann ich beten. Und so bleibe ich konzentriert. So bleibe ich wach. Und ich kann verstehen, wie es den Jüngern ging. Aber die hatten nur diesen einfachen Job, wach zu bleiben. Und nicht mal das haben sie geschafft. Vers 42. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Und wir wissen mit absoluter Gewissheit, dass Jesus seinem himmlischen Vater vertraut hat. Er hat ihm vertraut. Und Jesus hat sich in genau diesem Moment für Hingabe statt Kontrolle entschieden. Und das ist nicht normal. Das ist nicht normal in unserer Kultur. In unserer Kultur geht es immer darum, dass wir großgezogen werden, dass wir lernen, du musst alles unter Kontrolle haben. Du musst die Kontrolle übernehmen. Du musst die Verantwortung übernehmen. Du machst es möglich. Du kannst alles schaffen, wenn du es willst. Hör einfach, was dein Herz sagt. Dein Herz wird dich schon richtig leiten. Das ist leider eine der größten Lügen der Menschheit. Denn unser Herz sagt an einem Tag so und an einem anderen Tag so. Und die Wahrheit ist, wir haben nicht die Macht, immer alles zu kontrollieren. Aber wir haben immer die Macht, uns hinzugeben, uns Gott hinzugeben. Wir können nicht immer alles unter Kontrolle haben. Egal, wie sehr du das willst. Egal, wie hart du daran arbeitest. Egal, wie du deine Fäden spinnst. Du kannst nicht alles kontrollieren. Aber du hast immer die Macht, diesen Bereich in deinem Leben Gott hinzugeben. Ich habe eine Frage für dich. Was ist dir lieber? Dass Gottes Wille in deinem Leben geschieht oder dein Wille? Was würdest du sagen? Wer ist für Gottes Wille? Wer ist für dein Wille? Okay, jetzt waren wir nicht ehrlich. Oh. Was ist dir lieber? Das, was Gott will oder das, was du willst? Und jetzt sagst du, naja, ich bin Christ. Natürlich will ich, was Gott will. Ist doch ganz klar, dass ich Gottes Wille in meinem Leben möchte. Wirklich? Meistens ist es doch so, ich will, was er will, bis er was anders will, als ich will. Oder? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Gott, ich will, ich will, was du willst, aber bitte zwing mich nicht jemanden zu heiraten, der hässlich ist. Gott, ich will, was du willst, aber schick mich nicht als Missionar nach Afrika. Und jetzt kannst du dein persönliches Gott, ich will, was du willst, aber einsetzen, was du auf keinen Fall möchtest in deinem Leben. Und die meisten von uns, wir wollen das Glauben und wir wollen Gott unser Leben anvertrauen und wir kommen dann zu der Überzeugung, dass wenn wir das tun, wenn wir Jesus nachfolgen und ihm unser Leben anvertrauen, dann gibt er uns ein glückliches, gesundes, komfortables und sorgenfreies Leben. Oder? Wer ist dafür? Ja, okay, leider ist es nicht der Fall. Leider ist es nicht der Fall. Denn Jesus, Jesus lädt uns nicht zu einem Leben der Bequemlichkeit und Leichtigkeit ein, sondern zu einem Leben des sich Opferns und der Hingabe, dass wir unser Leben immer wieder ihm hingeben, Bereiche ihm immer wieder hingeben. Was versuchst du zu kontrollieren, dass Gott will, dass du ihm hingibst? Was ist das? Ist das vielleicht eine Beziehung, in der du bist? Du weißt es so im Hinterkopf, ist nicht so gut, aber ist jetzt so, passt ganz gut. Ich denke Gott kommt schon irgendwie damit klar. Sind es vielleicht deine Kinder, um die du dich sehr viel sorgst und du alles um sie herum planst und kontrollierst und schaust, dass ihnen ja nichts passiert? So etwas so ein bisschen Helikoptermäßig. Kennst du die Helikoptereltern? Wenn du sie nicht kennst, kann es sein, dass du so jemand bist. Und das ist deine Gesundheit. Dass du deine Gesundheit kontrollieren möchtest, unter deiner Kontrolle haben möchtest, aber du merkst, das funktioniert einfach nicht. Es gibt Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Vielleicht ist es deine Zukunft. Du hast ganz bestimmte Pläne. Du hast was vor in deinem Leben. Aber es kann sein, dass Gott ein bisschen anderen Plan hat. Und um ganz klar zu sein, es gibt Dinge in deinem Leben, da willst du und solltest du beteiligt sein. Und ich möchte dir drei Fragen vorstellen, die uns helfen können, ein bisschen zu sortieren. Ist es jetzt eine Sache, um die ich mich kümmern sollte oder ist es gerade nicht so wichtig? Oder ist es etwas, was Gott wichtig ist? Die erste Frage ist, ist es meine Sorge wert? Soll ich mich darum kümmern? Oder ist es meine Aufgabe, das zu kontrollieren? Ist es meine Aufgabe? Und ist es für Gott allein? Ist es meine Sorge wert? Und es gibt Sachen, da musst du dich echt nicht darum kümmern. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Es sind manchmal Kleinigkeiten. Aber die sind uns total wichtig. Bei uns zum Beispiel, ich bin in unsere Ehe hineingekommen und ich habe schon immer meine Hosen zweimal gefaltet. Also zusammen natürlich und dann gefaltet und nochmal gefaltet. Okay, so habe ich das gelernt. So macht man das. Und ich habe die dann so zweimal gefaltet und ich habe die in den Schrank reingelegt. Weil ich kann auch meine Hosen reinlegen. Ich habe diese Fähigkeit auch bekommen. Für alle Männer, die ihren Schrank nicht einräumen können. Gott hat mehr für dich. Und besonders mehr für deine Ehefrau. Aber ich kann das. Ich mache das jetzt wahrscheinlich nicht so oft wie die Janine. Das gebe ich zu. Aber ich räume es dann so ein. Und in den ersten Jahren habe ich ganz oft gesehen, dass die Hose nur einmal gefaltet war. Was glaubst du, was ich da gemacht habe? Ich habe sie rausgenommen. Ich habe sie zweimal gefaltet. Und was denkst du, was meine Frau gemacht hat? Als sie gesehen hat, dass die Hose nur ein einziges Mal gefaltet war. Die hat sie rausgenommen. Es gibt Dinge, die sind komplett unwichtig. Und wir streiten uns trotzdem drüber. Und so gibt es Dinge in unserem Leben, da musst du dich nicht drum kümmern. Du musst es nicht unter Kontrolle haben. Es ist komplett unwichtig. Mach es halt einfach. Lass es bleiben. Das erste, wenn dir der Gedanke kommt, das muss ich kontrollieren, ist es meine Sorge wert? Die zweite Frage, ist es meine Aufgabe, das zu kontrollieren? Und ich möchte ganz ehrlich sagen, wenn die Abbuchung von deiner Stromfirma kommt und du weißt, dein Konto ist nicht abgedeckt und es bedeutet, dass es im nächsten Monat keinen Strom geben könnte, dann liegt es doch auch an dir, zu sagen und zu erkennen, ich sollte meine Ausgaben senken. Weil mehr Ausgeben als Einnehmen, wenn man das langfristig macht, es funktioniert super schwierig. Ich meine, die Banken freuen sich, die denken, schön, da verdienen wir Geld an dir, aber für dich ist das Leben nicht schön. Und es ist unter deiner Kontrolle zu schauen, wo kann ich weniger ausgeben, wie kann ich vielleicht mehr Einnahmen generieren. Das ist unter deiner Kontrolle. Wenn du sagst, ich bin auf der Suche nach jemandem für mein ganzes Leben, mit ihm Zeit zu verbringen, aka ich möchte jemanden heiraten, da kannst du auch verschiedene Sachen tun. Du hast es unter deiner Kontrolle, in eine Church zu gehen und in einem Team zu dienen. Da lernt man auch Leute kennen. Du hast es unter Kontrolle, zu sagen, ich werde Teil eines Treffs. Ich lerne andere Leute kennen und du hast es unter deiner Kontrolle, mal ein Bad zu nehmen. Je nachdem. Je nachdem. Das sind kleine Sachen. Vielleicht Parfüm? Ich danke immer gern Parfüm. Ich liebe das. Gut riechen ist echt wichtig. Aber es gibt Dinge, da kannst du jetzt sagen, ach, ich muss mich da drum kümmern. Da solltest du dich drum kümmern, das ist wichtig. Und die dritte Frage ist, ist es eine Sache, ist es für Gott allein, dass er sich allein drum kümmert? Und es kann sein, dass du zu dieser unglaublichen Erkenntnis kommst. Ich kann meinen Ehepartner nicht verändern. Hat schon mal das jemand erkannt? Oh ja. Ist gut. Haltet dran fest. Denn es stimmt. Aber Gott kann es. Gott kann es. Oh, da kam, das kam flott. Wunderbar. Gott kann es. Und es kann sein, dass es für dich ein Bereich ist, in dem du sagst, Gott, ich habe alles versucht. Das klappt nicht. Gott, ich möchte dir das hingeben. Ich möchte dir das hingeben. Ich werde nicht mehr das kontrollieren versuchen. Ich gebe dir das hin. Vielleicht ist es, dass du einen geliebten Menschen nicht teilen kannst, weil du es nicht kannst, weil es nicht geht. Und du dann sagst, Gott, ich kann es nicht. Gott, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Es ist deine Sache. Es ist für dich allein. Ich kann diese Last nicht tragen. Und es kann deine Zukunft sein. Dass du vielleicht diesen Moment hattest, du hattest alles geplant und es kam komplett anders und du hattest immer die Illusion zu glauben, zu denken, dass dein Leben sich so abspielt, wie du dir das vorgestellt hast. Aber es funktioniert einfach so nicht. Und du merkst, letztendlich ist es eine Sache für Gott allein, dass ich es ihm abgebe. in Sprüche 3, 5 bis 6 heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. so etwas wie Hingabe in Teilen. Teilweise Hingabe. So was gibt es nicht. Du kannst Gott nicht mit 62,5% deines Herzens vertrauen. Und mit dem Rest, nee, nee, nee Gott, nee Gott. Das gibt es nicht. Wenn wir unser Leben Gott hingeben, dann funktioniert es nur ganz. Wir können nicht sagen, Gott, ich vertraue dir in einigen Dingen, aber in anderen vertraue ich dir nicht. Das ist doch nicht Hingabe. Wir können nicht sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mich gerettet hast, aber mit dem Zehnten vertraue ich dir nicht. Ich vertraue dir, dass wenn ich für ihn bete, dass du ihn erhörst, aber wenn ich für mich bete, das wahrscheinlich nicht. von ganzem Herzen. Vers 6. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Denke an ihn. Und hier dieses Wort, denke an ihn, ist das Wort jede. Und es bedeutet wissen, erkennen, verstehen, erfahren, bekannt machen. Und es heißt, was immer du tust, kenne ihn. Erfahre Gott. Kenne seinen Charakter, denn wenn du Gottes Charakter kennst, vertraust du ihm. Das ist doch der Punkt, an dem wir auf Gott nicht vertrauen, weil wir nicht wissen, wie er wirklich ist. Weil wir nicht wissen, weil wir es ihm nicht glauben, dass er uns so viel mehr liebt, als irgendjemand auf dieser Welt uns nur lieben kann. Dass er gute Gedanken über uns hat. Das nehmen wir manchmal ihm gar nicht ab, weil wir so vollgemüllt sind mit schlechten Gedanken über uns selbst. Aber hier heißt es, was immer du tust, kenne ihn. Du sollst wissen, wie er ist, seinen Charakter kennen, seinen Herzschlag für dich, seine Liebe für dich. und Jesus im Garten hat nicht die Kontrolle übernommen. Er hat gesagt, nicht das, was ich will, nicht meine Sache soll jetzt passieren, sondern was du willst. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ich gebe die Kontrolle komplett ab. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Die Wachen sind aufgetaucht und sie haben Jesus festgenommen. Und Petrus hat gesagt, nicht, wenn ich da bin. Und er hat sein Schwert genommen und er hat zugeschlagen. Und er hat das Ohr von einem der Tempeldiener, von einem der Wachen abgeschlagen. Und was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus gemacht? Jesus hat das Ohr genommen und hat es dran gemacht. Er hat gesagt, ich übernehme nicht die Kontrolle. Ich lasse es zu, was mein himmlischer Vater geplant hat. Und die Wahrheit ist, dass Jesus hätte die Kontrolle komplett übernehmen können. Es wäre kein Problem für ihn gewesen. Er hätte einfach nur sagen müssen, kommt und es wären Legionen von Engeln gekommen. Es wäre kein Problem gewesen. Und nichts wäre so passiert, wie es gewesen ist. Nichts. Aber Jesus hat sich entschieden, nicht mein Wille soll passieren, sondern dein Wille. Und Jesus, er wurde verhaftet und er wurde geschlagen. Und dann wurde er ausgepeitscht. Er wurde so lange ausgepeitscht, bis er fast bewusstlos war. Und er wurde so zugerichtet, dass man nicht mehr erkennen konnte, wer er war. Aber so wurde Jesus zugerichtet. Die römischen Soldaten damals waren sehr gut da drin, sehr gut da drin, Menschen brutal zu foltern. Bis auf die Knochen. Und das Fleisch hing in Fetzen von ihm runter. Die haben immer wieder zugeschlagen. Und dann haben sie Jesus genommen. Seinen gestundenen Körper. Mit enorm hohem Blutverlust. Und haben ihn auf ein Kreuz gelegt und haben Nägel durch seine Hände und durch seine Füße getrieben. Durchs Handgelenk durch. Durch die Füße durch. Und dann wurde er aufgestellt. Und die Art und Weise, wie Menschen dort aufgehängt worden sind, damals, wurde auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Denn ihr Körper wurde lang gezogen und die hingen dran. Und der Druck auf ihre Lunge war so groß, dass wenn sie hingen, konnten sie keinen Atemzug nehmen. Jeder musste, der am Kreuz hing, um atmen zu können, musste sich nach oben drücken. Jedes Mal musste er seinen Rücken, der offen war, bis auf die Knochen, über das raue Holz nach oben schieben, um Luft zu holen. Jedes einzelne Mal. Das ist, was Jesus durchgemacht hat für uns. Jedes einzelne Mal. Er hing am Kreuz. Nackt. Und die Menschen haben sich über ihn lustig gemacht. Das war ein Schauspiel für die. Und die haben gesagt zu ihm, hey Jesus, du hast so vielen Menschen geholfen, du kannst doch dir jetzt selber helfen. Und die haben sich über ihn lustig gemacht. Die haben ihn ausgelacht. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie haben keine Ahnung, was sie gerade hier tun. sie wissen nicht, was sie tun. Und er begann, seinen letzten Atemzug zu nehmen und hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. In deine Hände, Vater, gebe ich meinen Geist. und die Sonne verdunkelte sich und die Erde bebte. Und Jesus ist gestorben. Es war vorbei. Es war komplett vorbei. Und die Jünger standen da am Kreuz und konnten nicht glauben, was gerade passiert. Denn sie haben gedacht, Jesus wird alle befreien. Er ist der Messias. Er wird uns befreien von dieser Herrschaft der Römer. Und die Hoffnung war dahin. Aber es geht weiter. Am dritten Tag machen sich die Frauen ganz früh auf, gehen zum Grab, wollen zu Jesus und was sehen sie da? Sie sehen, dass der Stein weggerollt ist. Und da standen zwei Männer und die sagen ihnen, pass mal auf, der Jesus ist nicht mehr da. Der liegt hier nicht mehr. Der ist auferstanden. Er lebt. Und das ist, was ich dir sagen möchte. Wir glauben nicht irgend an eine tote Religion, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben an einen Jesus, der den Tod und die Sünde überwunden hat. Und dass das etwas Relevantes ist für dein Leben. Dass Jesus für die Dinge in deinem Leben gestorben ist, die du schlecht gemacht hast, wo du Sünde auf dich geladen hast, wo du Dinge getan hast, die bereust du. Dinge, über die du niemals reden willst, für die ist Jesus gestorben. Er hat alles auf sich genommen. Und Jesus wurde für uns zur Sünde. Der, der ohne Sünde war. und Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dass egal wer, egal wer, egal was in deinem Leben kaputt gegangen ist, er hat die Fähigkeit, es wieder ganz zu machen. und das Einzige, was du da machen musst, ist zu ihm zu beten, mit ihm zu reden, zu ihm zu kommen, dein Leben hinzugeben, die Kontrolle abzugeben, so wie er uns das vorgemacht hat. Du hast nicht immer die Macht, alles unter Kontrolle zu haben, aber du hast immer die Macht, dein Leben Gott hinzugeben. Immer. Wir lesen in Matthäus 10, Vers 39, Jesus sagt da, wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Und Hingabe und Kontrolle abzugeben, das ist keine einmalige Entscheidung, du sagst, ja, ich habe mein Leben in Jesus gegeben und es gut ist, sondern es ist eine tägliche Entscheidung. Es ist, dass wir das immer wieder neu machen, dass wir immer wieder neu auf unser Herz schauen und fragen, Gott, welchen Bereich halte ich dir gerade vor? Was versuche ich gerade zu kontrollieren? Wo fällt es mir schwer, dir das abzugeben? Und das ist meine Frage an dich. Was ist es, wovon du weißt, das musst du Gott abgeben? Das musst du ihm hingeben. Was ist das? Was ist das? Weißt du, was das für mich ist? Du. Ich habe Sonntag für Sonntag knapp 35 bis 40 Minuten Zeit und es gibt einige, die sind heute hier, die waren letzte Woche nicht da und es gibt einige, die sind heute hier, die werden nächste Woche nicht da sein und ich sehe das und ich denke, aber da gibt es so viel mehr für dich. Gott ist für dich gestorben und er möchte dein Leben auf die beste, schönste Art und Weise auf deinen Kopf stellen. Er möchte dir Frieden geben. Er möchte dir echte Liebe zeigen. Das, was du dein ganzes Leben lang gesucht hast, hat er für dich. Jesus hat alles für dich und er möchte, dass du dein Leben ihm gibst, dass du die Kontrolle ihm abgibst, dass du dich ihm hingibst und ich möchte dich einladen, dass du nicht nur etwas über Jesus erfährst, sondern dass du ihn kennst, dass du Jesus kennenlernst als deinen Tröster, wenn du alleine bist, wenn niemand für dich da ist, wenn niemand Zeit hat, ist er dein Tröster. Wenn du mit Depressionen kämpfst, dann lerne Jesus kennen als deinen Frieden. Wenn du Angst um deine Finanzen hast, wenn du Angst hast, dass es nicht reicht, dann lerne Jesus kennen als deinen Versorger, wenn du krank bist, dann lerne Jesus kennen als der, der dich heilt. Wenn du missgebaut hast in deinem Leben, dann lerne Jesus kennen als dein Retter. Lerne ihn kennen als das, was er ist. Jesus ist der gute Hürde und er möchte deine Seele wiederherstellen. Das, was in deiner Seele kaputt ist, er möchte das heilen. Er ist das Licht der Welt und egal, wie dunkel das in deinem Leben ist, er möchte hell rein strahlen. Er möchte dir neue Hoffnung geben. Jesus ist das Brot des Lebens, er ist das lebendige Wasser und er verspricht dir, das ist sein Versprechen, wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du keinen Hunger und keinen Durst mehr haben. Du wirst keine Sehnsucht nach irgendwas anderem haben, sondern nach ihm und er wird es stillen. Er ist dein Fels, dein Schild, deine sichere Burg und er ist immer da. Egal, in welcher Not du dich wieder findest, er wird für dich da sein. Er ist das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist für dich. Er ist der Löwe von Judah, der regiert und herrschen wird in alle Ewigkeit. Er ist der König, der Könige, er ist der Herr, der Herr. Er ist der Friedefürst. Und weißt du, was Jesus auch tut? Jesus versteht alle Schwächen. Er versteht es. Denn Jesus wurde genauso wie du versucht und geprüft. Er versteht es, den Schmerz und das Leid. Er versteht die Angst. Er versteht dieses Gefühl, komplett alleingelassen zu werden, verraten zu sein, belogen zu sein, betrogen zu werden. Er versteht es, dass Menschen sich über dich lustig machen. Er versteht es, dass Menschen dich im Stich lassen. Er versteht es, weil er es gespürt hat. Aber Jesus hat sich davon nicht abbringen lassen, sondern Jesus hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich möchte dich, ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich bitten, komm mutig zum Thron der Gnade. Komm mutig zu Gott. Denn er möchte dir echt, er möchte dir wirklich helfen. Er hat mehr für dich in deinem Leben. Und weißt du, was das Interessante, was das Krasse, was etwas ist, was wir an Gott wahrscheinlich nie verstehen werden? Jesus ist für dich gestorben und hat alles bezahlt für dich, den gesamten Preis der Sünde, während du gesündigt hast. Während du im Dunkeln bist. Und er sagt immer noch, egal wo du gerade dich wieder findest, egal wie du dich gerade fühlst, egal was du gemacht hast, egal wie viel Mist du gebaut hast, er hat immer noch offene Arme für dich. Er sagt immer noch, es hat sich gelohnt, dass ich für dich gestorben bin. Und ich warte auf dich. Das ist, was Jesus ist, das ist sein Herzschlag. Das ist, was er für dich empfindet. Und ich stelle mir das so vor, dass am Kreuz, als er am Kreuz hing und als er gelitten hat, ich weiß nicht, ob es so war, aber ich stelle mir das so vor, dass in all dem Schmerz, in all der Last, dass er da ganz speziell an dich gedacht hat und dass er sich gedacht hat, deswegen mache ich das. Ich will nicht, dass sie, ich will nicht, dass er verloren geht. Ich gebe mein Leben freiwillig. Ich sterbe und ich werde wieder auferstehen. Und dafür sind wir Gott so, so sehr dankbar. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich jetzt bitten, ich möchte dir eine Frage stellen und wenn du das bist, dann leg einfach kurz deine Hand auf dein Herz. Wenn du sagst, hey, in meinem Leben gibt es einen oder mehrere Bereiche oder das ist eigentlich mein ganzes Leben und du sagst, ich, es fällt mir so schwer, die Kontrolle abzugeben. Und wenn du das bist, wenn du sagst, da ist was und mir fällt es unglaublich schwer, einfach loszulassen, dann möchte ich dich bitten, dass du kurz deine Hand auf dein Herz legst und ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke jetzt für jede Person, die ehrlich ist und sagt, ich, ich habe es versucht, und ich schaffe es einfach nicht. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt die Kraft gibst, loszulassen, die Kontrolle abzugeben, ob es ein Kind ist, ob es vielleicht Eltern sind, ob es ein Freund, Arbeitskollege, ob es die Arbeit ist, ob es Finanzes sind, egal was das ist, Gott, ich danke dir, dass du uns jetzt die Kraft gibst, das dir abzugeben, die Kontrolle dir abzugeben. Danke, dass du uns jetzt hilfst, dass wir dir vertrauen in jedem Bereich unseres Lebens, dass wir keinen Bereich auslassen und dass wir dir ganz neu diesen Bereich vor deinen Thron legen und sagen, Gott, es ist, ich schaffe es nicht und es ist deine Sache. Ich übergebe dir die Kontrolle und Jesus, wir danken dir, dass du das annimmst. Amen. Und vielleicht bist du auch heute hier und du sagst, du hast noch nie, du hast noch nie dein Leben ganz bewusst Jesus gegeben. Du hast noch nie gesagt, ich, ich schaffe es nicht allein, ich habe geschündigt in meinem Leben und ich brauche Gott, ich brauche, dass er mir vergibt und ich möchte dich bitten, dass du kurz deine Augen schließt. Schließ einfach ganz kurz, da kannst du besser nachdenken und wenn du sagst, hey, das ist, das bin ich. Ich bin das. Ich brauche Jesus. Ich schaffe es nicht allein. Ich habe es probiert und es klappt nicht. Und vielleicht spürst du die Last deiner Sünde auf deinem Leben, vielleicht schämst du dich für Dinge, die du getan, gesagt hast, gemacht hast und du willst nicht mehr mit dieser Last leben, dann möchte ich dich einladen, diese Last ein für alle Mal abzugeben, das Jesus zu geben und du kannst es ganz einfach tun, indem du ihn bittest, bist, dass er der Herr in deinem Leben wird. Und wenn du sagst, das ist, was ich heute tun möchte, heute an diesem Ostersonntag, während alle Augen geschlossen sind, möchte ich, dass du mutig bist, da wo du bist und ich bitte dich, dass du deine Hand hebst. Ich ziehe bis drei, dann hebst du einfach kurz deine Hand, damit ich es sehen kann. Eins, zwei, drei. Heb sie weit hoch. Danke, 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 so gut, so gut. Hey, lass uns das jetzt festmachen. Ich möchte ein Gebet sprechen und du kannst es mir einfach nachsprechen. Bist du bereit? Auch wenn du schon mal gebetet hast, bet es einfach laut mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich nehme jetzt deine Vergebung als ein Geschenk der Gnade an. Ich gebe dir mein ganzes Leben mit allem, was dazugehört und ich bitte dich, mach mich jetzt ganz neu, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, damit ich dich liebe und dir nachfolge. Ich kehre jetzt um zu dir. Du bist mein himmlischer Vater und ich bin dein Kind. Im Namen Jesus. Amen.